Bruder, ich kann nicht in Ruhe beten, was soll ich tun, was soll ich machen? Bruder oder Schwester, sobald du stehst zum Gebet und du beten möchtest und sobald du die Takbiratul Ihram machst und Allahu Akbar sagst und du anfangen möchtest zu beten, vergiss die Welt und wisse, dass du vor Allah Azza wa Jal stehst und bete in Ruhe, schau nicht so, schau nicht so, schau nicht so und auch nicht so sondern schau auf die Stelle der Niederwerfung, wo du dich niederwerfen möchtest und konzentriere dich bei dem, was du sagst in Ruhe und gelassen das ist ein kurzer Tipp, der dir helfen wird, kurzer Tipp 8